Wunderschönen guten Tag, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, willkommen in der Hood Cuisine. Heute mal ein komplett anderes Szenario, denn kein Livestream. Vielen Dank auf jeden Fall auch nochmal an die gute Mel, aka Mel Beats, die mir endlos viele Rezepte gerade dauernd zuschickt. Und ich habe ja gesagt in der letzten Hood Cuisine-Folge, dass das Erste, das ich machen werde, ist die vegane Milchschnitte. Ich fange an, das erstmal jetzt hier zu announcen, welche Zutaten wir brauchen für die Creme. Und zwar sind es 200 Gramm Sojamilch, 100 Gramm Kokosfett, 100 Gramm neutrales Öl, 3 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Zitronensaft, 2 Päckchen Sahnesteif oder 4 Teelöffel Sanapart, keine Ahnung was das ist. Ein Päckchen Vanillezucker, ein Viertel bis ein halber Teelöffel gemahlene Vanille und 11 bis 15 Tropfen Orangenöl oder Orangenaroma. Für den Teig 100 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm Sojamilch, 3 Esslöffel Öl, 4 gestrichene Esslöffel Kakaopulver, 4 gehäufte Esslöffel Rohrzucker, 1 halben Teelöffel gemahlene Vanille, 1 gehäufter Teelöffel Natron und 1 gehäufter Teelöffel Weinstein. Hier unten steht, das Rezept hat uns Holger von Maulwurfshügel zur Verfügung gestellt. Also, Grüße an Holger vom Maulwurfshügel. Das schmelzt mir jetzt, einfach mal heiß machen, die Pan. Wie gesagt, ich glaube ich habe Ewigkeiten nicht mehr gebacken. Ich glaube die letzten Hood Cousine Backaktionen waren so Linzer Torte, was habe ich noch gemacht? Käsekuchen. Wir haben ein paar Backaktionen gemacht. Brownies haben wir gemacht. Oh, das schmilzt auf jeden Fall schnell weg. Also, ich habe Sojamilch jetzt, die gute von Alpro. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Styles gibt, was man da eher nehmen soll. Wenn jemand da Tipps hat, knallt es gerne in die Kommentare. Weiter geht's. 2 Teelöffel Zitronensaft. Habe ich auch extra gekauft. Limettensaft habe ich da, für alle die mich schon länger kennen. Ich fange jetzt erst wieder, seit einer Woche oder zwei Wochen, haue ich mir das rein. Dankt es mir später. Greetings an Mimo. Der mir das vor Jahrzehnten gesagt hat, dass ich mir das rein zwirbeln soll. Jeden Morgen, nebenniere-mäßig und so, googelt es einfach mal. Ein Schuss Limettensaft. Ich habe es, glaube ich, auch schon 10.000 Mal gesagt in 80 Videos. Limettensaft, einen Schuss. Kleine Brise Himalaya-Salz, auffüllen mit Wasser. Und die Nebenniere tanzt wieder Electric Boogie Mousse. Ich sage euch, wie es ist. Dankt es mir später, googelt es. Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall, auf alle Fälle. Ein Päckchen Vanillezucker. Was ich hier wieder aufgefahren habe. Ich hatte das alles noch nicht. Natron hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Natron? Hatte ich Natron schon mal? Nein! Ein Beutel Vanillezucker ist drin. Wir geben das warme Kokosfett dazu. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das haben wir richtig gut gemacht. Testen wir einfach mal. Alter Vater. Wir haben die falschen Angaben gemacht, weil davon brauchen wir eine Badewanne voll. Und das erinnert mich gerade so, kennt ihr noch, wenn man früher die Eltern, was heißt die Eltern, die Mutter meistens, gebacken hat und man hat diese vom Quirl die Dinger abgeschlotzt. Für den Teig alle Zutaten bis auf Natron und Weinstein mit einem Schneebesen glatt vermischen. Drei Esslöffel Öl. Wie gesagt, ich habe jetzt Rapsöl am Stüssel. Ich glaube, da gehen auch immer die Meinungen auseinander. Manche sagen, mach dies nicht, mach das nicht. Ich habe jetzt Rapsöl gekauft. From the original raps. Because back in the days we loved to listen to rap music. Einen halben Teelöffel gemahlene Vanille. Das kommt das Ding hier zum Einsatz. Gourmet Vanillemühle. Ich glaube, da gab es mich nur Vanillepulver und ich habe jetzt gedacht, wir holen einfach mal so eine Mühle. Jetzt verrühren wir das im Schneebesen. Da ist nichts passiert. Da stand drin, dass man extra ein bisschen mehr reinmacht, um das dann hier überhäufen zu können. Das stand ja da auch extra drin. Konsistenz. Ja. Ich merke auch wieder, ich glaube, Pulli in der Hoodcoosie macht auch keinen Sinn, aber ich dachte heute mal Caligula Represcent. Caligula Represcent. Also ich als Snoop würde sagen, diese Masse sieht gut aus. Wir ballern das hier auf Splash. Das ist jetzt nicht ganz Puring. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz rechteckig hier alles, aber sollte gehen. Aber die Sache stand nicht auf dem Rezept. So, 10 Minuten rein. Wie gesagt, das wird nicht akkurat werden, aber wir können es uns ja zurecht schneiden. Die 10 Minuten sind rum. Also riecht schon mal extravagant, ja? Und ich versuche jetzt, ohne dass ich mir die Flossen verbrenne, dieses Ganze, ah, okay. Ohne dass ich die Flossen verbrenne, ist schwierig. Ah yeah. So, die Sache ist jetzt abgekühlt. Aber ich glaube, ich habe es nicht 100% richtig gemacht. Also, oder zu lange drin gehabt. Die Seite ist super hart. Hier ist schon sehr Biskuid. Also, wir können uns natürlich Dinger rausschnippeln. Wir sind natürlich hier Hood Cuisine. Wir zeigen, also ich zeige es genauso, wie wir es rausbekommen haben. Wir machen hier kein Fake-Itilio-Make-It-TV, dass ich hier 18 Mal backen, bis es perfekt ist. Und sage, hier oben, mein erstes Mal. Äh, ne. Erstes Mal vegane Milchstitte. Das heißt, wir schnippeln das einfach mal so rüber. Und wir können es uns ja dann noch zurechtschneiden, wie wir Bock haben. Okay, okay, oh. Die Seite fühlt sich richtig gut an. Was hier schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, es war zu dünn. Fluffig, locker, flockig. Jetzt suchen wir diese wunderbare Gelm raus. Die sagen ungefähr 1 cm, aber ist ja eh alles Pi mal Daumen. Machen wir das mal hier jetzt drauf. Oben drauf gesetzt. Warm. Ich sage euch, wie es ist. Meine erste selbstgemachte vegane Milchschnitte. Schön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wie gesagt, Daumen nach oben. Kommentieren würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis ganz bald. Ahoi.